Hallo Jungs, mal ne Frage. Habt ihr auch so Probleme mit dem Einkaufen? Ja. So mit Essen und so. Wie? Was machst du denn da am besten, sag mal? Ins Restaurant gehen und da essen. Ein Feuer legen. Ein Feuer legen. Ah gut, da hau ich mal lieber ab, du. Aber ins Restaurant, oder habt ihr was gehört, ob die Supermärkte momentan schlecht beliefert werden? Ja, ich glaub, die haben Engpässe. Ach scheiße, Alter. Gut, ich... Deswegen Restaurant, da kannst du auch auf Vordat geholen, da kannst du Essen so mitnehmen, bestellen. Ach so, und dann kann ich das ablagern bei mir in der Tasche? Genau. Oh, das ist guter Tipp, du. Sind das bestimmte Restaurants oder alle? Äh, ja, so ziemlich alle, die gerade offen haben, die Essen verkaufen. Sind natürlich auch teurer, ne, oder? Ja, ist natürlich teurer, aber ich sag mal so, wenn du so für eine Stunde arbeitest, für 10.000, dann kommst du dann mit so einer Woche, zwei Minuten. Wow, danke. Wunderbar. Okay, ich dampfe ab, ne. Ich will nicht so euren Dampf mitkriegen hier. Ciao, ihr. Ciao, ciao, ciao.